Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano. Der Patch mit der ersten Kampagne ist erschienen. Bruderkrieg, eine kurze Kampagne, die wir hier spielen werden. Es geht darum, dass wir die Flanke des sowjetischen Vorstoßes verzögern müssen, damit wir verhindern, dass Alsfeld eingenommen wird. Wenn ihr euch das hier durchlesen wollt, macht gerne das Video auf Pause. Ich würde sagen, wir springen mal direkt rein und schauen mal, was uns hier in dieser Mission erwartet. Wir werden auf Seiten der NATO spielen und müssen wie gesagt den Warschauer Pakt aufhalten. Man kann das auch auf Seiten des Warschauer Paktes spielen, beziehungsweise man kann das auch im Koop, beziehungsweise gegeneinander spielen. Das ist ziemlich, ziemlich cool und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das ist ein sehr, 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 sehr gut. Facing NATO's Sentag, the Soviet 8th Guards Army begins its multi-pronged attack at 5 o'clock. The objective is Frankfurt am Main, home to the 5th Corps, a key military target and transport hub. At the frontier, the 11th Armored Cavalry Regiment, with a few isolated battalions, put up fierce resistance for hours. Overwhelming firepower ultimately results in a Soviet breakthrough at Fulda. The Armored Vanguard surges to Frankfurt. Further north, the flank of the main invasion is assigned to the East German 4th Motorisierte Schützen Division. They advance on Bad Herzfeld. The National Volksarmee aims to press further and seize Asfeld, establishing a covering force. This would protect the Warsaw Pact's axis of attack against any counter-strikes from the Bundeswehr's 5th Panzer Division. NATO has an early chance to disrupt the Soviet thrust on Frankfurt. Warsaw Pact's capture of Asfeld becomes paramount. A series of pitched battles await. Und da geht's auch direkt los. They have been informed that the East German 4th Motorisierte Schützen Division is advancing on Bad Herzfeld. They intend to seize Asfeld. This would put them in an excellent position to block our counter-attack on the Soviet offensive. Also hier oben, da will die NVA hin. Wir müssen das verhindern, damit wir den Gegenangriff auf die Flanke, auf diesen Vorstoß auf Frankfurt führen können. It is paramount that the 5th Panzer Division reaches Asfeld before the NVA. Major Becker, have you been in contact with the Americans? Yes, sir. The 311th ACR is in Bad Herzfeld. They likely cannot hold for more than a few hours. The Americans might fall back already to Alsfeld, joining our territorial troops there. NATO forces in our sector are limited, and reinforcements will take time to deploy. Panzergrenadier Battalion 152 can join up from Schwarzenborn immediately, and will be joined later today by Panzergrenadier Battalion 142. The rest of Panzergrenadier Battalion 14, as well as Panzergrenadier Battalion 13, won't arrive until tomorrow at the earliest. Until then we fight with what we have. We have to hold our positions. Ja, wir müssen also einen Verzögerungskampf führen, und das ist gar nicht so einfach. Und der Warschauer Pakt zieht als erstes, und der hat viel. Wir sehen schon, was er da alles ranführt. Ziel dieser Kampagnen ist es, entweder den Gegner zu vernichten, oder über alle Runden zu spielen und entsprechend mehr Siegpunkte zu haben als der Gegner, beziehungsweise vorzeitig die entsprechenden Siegpunkte zu bekommen, um die Kampagne hier zu gewinnen. Wir als NATO brauchen 50 Punkte, der Warschauer Pakt braucht 60 Punkte, um das hier vorzeitig zu gewinnen. Wir sind direkt unter Druck, wir werden hier direkt angegriffen, müssen uns verteidigen. Trotzdem eine kleine Info nochmal vorneweg, bevor wir hier in die erste taktische Schlacht einsteigen. Wir haben lange darauf gewartet, dass die Singleplayer-Kampagne für Wano verfügbar ist. Bisher ist es ja primär eigentlich ein Multiplayer-Spiel, wo man dann nebenbei trotzdem gegen KI spielen kann. Es gibt ein paar einzelne Szenarien, die ganz spannend sind. Aber jetzt im Grunde kommt erst der echte Singleplayer-Teil dazu. Passend dazu gibt es Wano aktuell die nächsten 5 Tage 30% rabattiert bei meinem Partnershop Games Planet für 27,99. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, im ersten angepinnten Kommentar und rechts oben in der Infokarte. Wenn ihr also Wano noch nicht habt und jetzt die Gelegenheit nutzen wollt, dann sage ich schon mal Danke, denn ich bekomme eine kleine Vermittlungsprovision, ohne dass es mehr Kosten für euch gibt, wenn ihr über diesen Link etwas kauft. Nur als kleine Info. Auf Steam ist es aktuell auch reduziert, allerdings nur um 25% auf 29,99 Euro. Ihr spart also tatsächlich bei meinem Partnershop Games Planet ein bisschen mehr für den Steam Key. Aber zurück. Wir waren angegriffen. Wir sehen, wir haben 17 Punkte. Unsere Einheit oder unser Bataillon, was hier steht, wird mit 17 Punkten bewertet. Der Angreifer kommt mit 22 Punkten. Wir könnten das jetzt automatisch berechnen lassen. Da gibt es vermutlich einen Unentschieden. Und wir können hier auf dem Schlachtplan die Einheiten aufstellen, die verfügbar sind. Aktuell ist es halt nur die 11. Armored Cavalry Regiment. Wenn da noch mehr Einheiten in Reichweite wären, dann könnte man die hier mit aufstellen. Wir können Luftunterstützung rufen. Ich habe das jetzt hier schon einmal gespielt, die erste Mission. Das bringt nichts, weil der Gegner hat hier tatsächlich Flugabwehr stehen. Das heißt, wir verlieren hier nur was von unseren Flugzeugen. Und dementsprechend gehen wir einfach nur in die normale taktische Schlacht hier rein. und schauen mal, wie wir den Gegner hier aufhalten können. Das wird ziemliches Tontaubenschießen. Wir müssen im Grunde nur sicherstellen, dass wir auf allen Flanken Einheiten zum Aufklären haben. Es ist vor allen Dingen hier drüben wichtig. Wir stellen also, ähm... Wir stellen hier mal den Scout auf. Ich hätte gerne hier einen Scout. Und ich hätte gerne hier einen Scout. So, wir brauchen natürlich auch Offiziere, die die Punkte einnehmen, weil die Gefechte funktionieren hier genauso wie die Gefechte, die wir aus dem Singleplayer kennen. Es gab hier, ist der Offizier als Infanterist. Der lädt sich mal bitte hier aus. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir unsere Panzer hier am schlauesten positionieren. Wir haben auch die M1-Aron Abrams als Aufklärer. Ich muss gerade mal gucken, die sind... Wenn ich das richtig sehe, identisch. Wir stellen mal hier einen auf. Wir stellen hier einen auf. Wir haben auch noch, ähm, Bradleys. Ja, das sind die Scout-Bradleys. Die stellen wir mal hier auf und setzen sie auf nicht schießen. Flugabwehr nehme ich jetzt erst mal keine mit. Wobei, wir nehmen mal eine mit. Aus der Erfahrung war es jetzt so, ich habe die Mission, wie gesagt, ja schon mal gespielt, dass hier Hubschrauber oder sonstiges, ähm, keine Rolle gespielt haben. Aber, ähm, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm. Und. Ähm. Wir müssen hier halt echt gucken, dass wir uns so aufstellen, dass wir von allen Seiten abgedeckt sind. Wir gehen mal auf Schlacht starten. Den hier schicke ich erst mal nach hinten, weil das letzte Mal bin ich tatsächlich über die Flanke hier, äh, angegriffen wurden. Und da kommt einiges. Also der Gegner hat viele Einheiten. Primär am Anfang Konkurs und danach einfach unendlich viele, ähm, T-54er, äh, T-55er und T-54er. Und wir müssen halt hier mal gucken, dass wir unseren Offizier immer so mitführen, dass er Feuersupport gibt. Na, du sollst mal auf nicht schießen gehen, genau. Gut. Wieso schießen die denn jetzt trotzdem? Ich hab den doch gar nicht auf. Ich bin auf Feuer erwidern und, äh, ja, sehr gut. Ja, die Konkurse sind am Anfang tatsächlich ein Problem für uns. Später sind die aber dann, ähm, Wir müssen halt gucken, dass wir hier wirklich ein gutes Kreuzfeuer aufbauen. Mal gucken, aus welcher Richtung er diesmal kommt. Ja, Sir. Die Scouts müssen halt als erstes raus. Die T-55er kommen da tatsächlich mit, ähm, ähm, auch mit ATGMs drauf, aber die sind nicht so problematisch. Oh. Hier müssen wir jetzt aufpassen, hier werden wir flankiert. Das ist insofern kacke, weil wir jetzt hier die Möglichkeit verlieren, das Ganze, ähm, die Kollegen hier zu... Wir machen das mal trotzdem. Wir müssen diesen Push durch die Mitte erstmal aufhalten. Da geht der erste Bradley raus, der zweite folgt sicherlich gleich. Und der Push hier ist erstmal aufgehalten. Über die andere Flanke scheint er nicht zu kommen. Ich bin jetzt nicht zu kommen. Er nimmt uns da jetzt den Punkt auch weg, das ist erstmal egal. Da kommt er jetzt auch, das haben wir erstmal aufgehalten. So, wieso kann ich die nicht, wieso kann ich, oh hä, wieso, Moment, warum haben die ihre Kanonen aus, was ist das denn? Dass er den Punkt uns da jetzt wegnimmt ist blöd, wir gucken mal, dass wir hier mit Infanteristen kommen und dass wir eventuell hier oben in den Wald wieder rein sneaken können. Sehr schön. Wom, kannst du bitte smoken? Wir müssen auch auf seine Artillerie aufpassen, die ist tatsächlich sehr eklig. So, jetzt kommt er auch hier. Hier wird genebelt. Der Scout geht mal da rein. Wir gehen mal zurück. Okay, der Offizier kann erstmal nicht da rein. Bevor da nicht die Infanterie raus ist. Wir holen uns weitere Abrams. Okay, das sieht gut aus. Hier müssen wir jetzt aufpassen, wenn hier noch Infanterie in dem Wald drin ist, dann wird's scheiße. Aber wir müssen den Punkt zurückerobern. So, da kommt T-55er durch die Mitte. Wir kriegen jetzt den Punkt erstmal zurück. Hier steht noch irgendwo was. Ah, da. Sehr gut. Jetzt kommt da Artillerie, die nervt natürlich. Da müssen wir uns erstmal rausbewegen. So, wie sieht's denn hier aus? Der Bradley macht da Action. Der hier ist leer. Den verkaufen wir. Wir rücken mit denen nach vorne. Ich suche natürlich jetzt nach dem Offizier, den er hier irgendwo stehen hat. Der muss natürlich raus, damit wir den Punkt wieder bekommen. Und ich würde sagen, wir stellen mal hier einen Versorger auf, um die wieder aufzufrischen. Oh, das muss weg. Das ist gefährlich, das Teil dieser Flammen. Ja, sehr gut. Der hat mich, als ich das erste Mal das Ganze hier gespielt habe, sehr gestört. Aber hier ist immer noch irgendwo ein Offizier. Die T-55er mit ihrer ADGM sind nicht so ein Problem für uns. Aber irgendwo hier steht auch der Offizier von ihm. Das ist wirklich wie Tontaupen schießen. Aber wir müssen uns hier auch verteidigen. Und je mehr wir ihn wegnehmen, umso besser. So, erst mal zurück hier mit den Kollegen. So, ich brauche jetzt hier einen Versorger. Im Moment sieht das alles so aus, als ob das handelbar ist. Okay. Auch hier vorne noch einen. Der hat nämlich bald keine Munition mehr. Und der Scout geht mal bitte hier vor. Wir müssen den Offizier finden. Wir führen im Moment nämlich bloß mit Plus Eins. Und das führt dazu, dass das Ewigkeiten dauert, bis wir das Ganze hier gewinnen. Und das wollen wir natürlich nicht. Interessant finde ich auch, dass die Versorger... Oh, oh, oh. Da ist die Versorger da, ähm... Ready. Full speed, driver. Yes, Captain. Halt! Ready, sir. We'll find them, and then we'll kill them. Yes, Captain. Okay, da hat er den Punkt erst mal wieder. Ähm... Kommt er mit dem nächsten Vorstoß? All you. Enemy safe. Open fire! Baker 5, ready. Successful hit. Okay. Scheiße, die treffen nicht. So, hier müssen wir mal zurück. Der verkauft sich. Und ich brauche hier mal Unterstützung. We'll find them, and then we'll kill them. Take ready. It's hard here. Good job, Gunner. Paul Amos spent. Waiting for instructions. So, der geht zurück. Die gehen nach vorne und... ...halten dann hier diesen Vorstoß auf. Good job, Gunner. Where do you want it to deliver? Enemy spot. Na, nein. Du sollst da hin. Clip. Waiting for instructions. Move, but watch our planes. Good job, Gunner. Reverse, but keep pace with the enemy. Red 6, mount it up. Die hier werden aufmunitioniert. Und repariert. Er geht mal da hin. Er bleibt stehen. Aua. Da steht irgendwo noch was. Da steht noch einiges. Good job, Gunner. I hear you loud and clear. Munitionsexplosion. Na, zum Glück geht es das bei den westlichen Fahrzeugen nicht so ein Problem. Das Ding nebelt. Er ist leer. So, das hier drüben tangiert mich erstmal nicht. Wir brauchen aber trotzdem den Scout jetzt dort. Die Artillerie von ihm stört schon. So, wir gehen hier drüben, die Party. So, wir gehen hier drüben. Shit. Das war jetzt unnötig. Der Loss auf den... Scheiße, da ist noch... Oh, da geht der zweite raus, oder? Ja. Das ist jetzt hier eine ziemlich beschissene Position, äh, eine ziemlich beschissene Situation. Wir haben ja jetzt zwei Abrams verloren. Das war natürlich ziemlich unnötig. Das hätten wir uns auch sparen können, aber wir kriegen mit dem Scout leider den Wald da nicht auf. Oh, da ist jetzt ein bisschen Party. Dann müssen wir erstmal wieder die Artillerie schießen lassen von ihm. Hm, das sieht ganz gut aus. So, hier, der hat wieder keine Munition mehr. So, die Strayla ist uns herzlich egal. Zum Glück sind die ATGMs der T-55er nicht so gut. Jetzt kommt er mit seiner... Mit dem, ähm... Napalm-Ding. Aber er scheint aus dem Punkt raus zu sein, sonst hätte er den jetzt wieder komplett eingenommen. Ah, ne, jetzt hat er ihn wieder eingenommen. Okay, jetzt war bloß ein Anzeigefehler. Scheiße. Der Napalm-Ding ist richtig mies. Da verlieren wir jetzt die nächsten Abrams. Alter, wie viel... Wir haben da jetzt gerade vier Abrams verloren gegen den Napalm. Verdammte Axt. Das war alles andere als gut. Ver Kennen wir jetzt... Untertitelung von E.F. Der Napalm-Ding ist gut. Die Strecke jetzt auf der Bine ist gut. Die Strecke jetzt auf denee. Die Strecke jetzt auf der Bine ist gut. Die Strecke jetzt auf der Bine ist gut. Die Strecke jetzt auf der Bine ist gut. Na gut, dann versuchen wir hier auf der Flanke ein bisschen das besser zu machen. Das waren jetzt harte Verluste. Die hätten wir uns sparen können. Das waren vier Abrams. Verdammte Axt. Der kann halt hier wunderbares Kreuzfeuer machen. Das ist das Hauptproblem. So, hier müssen wir jetzt den Push durch die Mitte aufhalten. Das ist so krass, wie viele Einheiten der hat. Da geht unser Scout raus. Schade. Der war wichtig, der Scout. Und es zeigt aber, dass er irgendwo noch weitere von diesen Flammendingern hat. Da geht der Offizier raus. Der Abrams da ist zu nah dran. Da kann er mit seiner Panzerung nicht arbeiten. An den Scout da oben kommen wir nicht. Da kommt immer gleich die Artillerie. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass er uns da den Punkt wieder eingenommen hat. Wir versuchen mal mit dem Offizier da... Jetzt führt nämlich auch der Gegner. Jetzt führt nämlich auch der Gegner. Die nächste Artillerie, die uns da nervt. Gut. Aber es ist im Grunde immer noch wie Tontaubenschießen hier. So, wenn er jetzt nicht noch über die rechte Flanke kommt, ist das alles eigentlich in Ordnung hier. Wir konzentrieren uns mal als erstes auf die Fahrzeuge. Also auf die BNPs. Und was wir auch noch haben, sind Offizier. Offizier Abrams. Das steht noch was. Ja, komm schon, nimm ihn raus. Oh, dann das BNP bitte. Oh, dann das BNP bitte. Hier nervt er wieder mit seiner Artillerie. Die müssen wir jetzt mal auffrischen hier. Der ist leer. Da, die Infanterie muss erstmal raus. Wie kommt er meinem... meinem Offizier zu nahe. So, wir holen uns mal noch Verstärkung hier. Die ziehen sich zurück, die müssen jetzt endlich mal aufgefrischt werden. Dann, er geht mal dahin. Der ist fast leer. Er schießt hier weiter mit seiner Artillerie. Das ist echt krass. Das ist so ein Tontaubengebumse. Okay. Okay. Die Artillerie nervt halt unheimlich von ihm. So, die bleiben alle stehen. Wir müssen weiterhin versuchen, dass wir hier ein... ...den Offizier da finden, ansonsten wird's scheiße. Der ist auch schon wieder leer. Da kommt schon wieder die Artillerie von ihm. Ich hoffe, die interessiert es sich komischerweise überhaupt nicht. Scheiße, der braucht Munition. Habe ich irgendwo noch einen Versorger? Ja, hier. Gut, dann machen wir das erstmal mit denen hier. Sehr gut. Die Moral von ihm ist mittlerweile sehr weit unten. Nicht so wie unsere. So, den brauchen wir halt, weil der eine Aufklärung bieten kann. Das ist halt wichtig. So, der frischt die auf. Da kommen wir schon wieder mit der Artillerie. Wo fährt er denn lang? Hier in dem Wald stand ja vor noch was. Ach, guck mal, da kommt wieder sein... Die Fahrzeuge dort stören mich jetzt. Jetzt ist die Frage, ob das Infanteristen sind oder... Also Infanteriefahrzeuge. Oder Panzer. Naja, das scheint alles nur MTLBs zu sein. Da ist er nochmal, Panzer. So, er hat den jetzt soweit. Er ist leer. Er schießt da wieder auf die letzte Position von unserem... Von unserem Offizier. Vielleicht können wir jetzt in den Punkt mal kurz rein sneaken. Genau, das ist gar nicht mal so scheiße. Damit führen wir ihn jetzt nämlich mit Plus 3. Da kommt er wieder mit seinem Napalm oder was? Oder ne, das ist nur normale Artillerie. So, er hier hat schon wieder Treibstoffmangel. So, wir führen mit Plus 3. Neun Minuten. Mein Ziel ist es ja eigentlich, ihm so viel Schaden wie möglich zuzufügen, weil das dann im Zweifelsfall uns... Oh, verdammt. ...davor bewahrt, dass wir in späteren Kämpfen dieses Bataillon nochmal vor uns haben. Scheiße. Nicht noch nen Offizier verlieren, bitte. Nicht noch nen Offizier verlieren, bitte. Und schon wieder Artillerie. Alter Falter, und schon wieder Artillerie. Und ich sag' ja, es ist wie Turntauben schießen. Und ich sag' ja, es ist wie Turntauben schießen. Aber irgendwo stehen halt noch Offiziere. Das ist halt unser Hauptproblem. Und die Versorgung unserer... ...Panzer ist halt ein Problem. Aber der Offizier scheint sich jetzt in dem Bereich nach hinten verzogen zu haben, weil die Frontlinie anders verläuft. Und ich find's immer noch schade, dass man nicht festlegen kann, was man auffrischen möchte. Ob nur Treibstoff oder nur Munition. Ja, 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 ja. Scheiße. Ich glaub' wir haben aber noch... Ja, wir können ihn noch rufen. 21 Minuten bis zum Sieger. Aber ich glaub' er hat nicht mehr viele Einheiten. Es kann... Er kann nicht mehr viel haben. Außer halt Artillerie. So, die beiden Versorger sind glaub' ich instant leer, oder? Was schießt er auf die Straße? Ach guck' mal, da ist ein Offizier. Nice. Er hat nicht mehr wirklich viele Einheiten hier. Scheiße, der hat keinen Treibstoff mehr. Hoffentlich wird er da jetzt nicht von der Art of Lari komplett weggebumst. Da steht noch was. Oh, oh, jetzt verlieren wir, glaube ich, noch einen Abrams hier, ja. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Und die haben auch keinen Treibstoff mehr, oder was? Gottes Willen, ey. Er hat doch kaum noch Einheiten. Aber Art of Lari hat er noch ohne Ende. Dieses BMP war jetzt dezent unnötig. Wow, jetzt kommen tatsächlich noch mal Flugzeuge hier, oder was? Krass. So, aber wir haben es gleich in zwei Minuten. Ich will natürlich versuchen, ihm den Schaden so maximal wie wirklich zu machen. Deswegen fahre ich jetzt hier auch noch mal raus, um es einfach noch mal ein bisschen in die Länge zu ziehen. Der Verlust der Abrams war stellenweise nicht nötig. Zurück. Jetzt hat er beide Punkte uns wieder weggenommen. So viel Treibstoff hat er noch? Oh, guck mal, da ist ein Flugabwehrstellung. Mal gucken. Wir gehen mal Risiko ein. Ernsthaft? Jetzt verlieren wir hier noch Abrams, oder was? Gut, dann müssen wir hier mal noch ein bisschen Flugabwehr bringen. Wir hätten einfach das Ding durchziehen sollen. Da ist der Offizier. Okay, dann. Tschüss. Da geht tatsächlich noch ein Abrams raus, ey. Macht er jetzt wieder ein Flugzeug am Ende hier aber echt noch mal gut, ne? Sehr gut. Wir können ihm da noch ein Flugzeug rausnehmen. So, 50 Sekunden. So, 50 Sekunden. Alles, was wir ihm jetzt rausnehmen, ist gut, das müssen wir nämlich später nicht bekämpfen. Das einzige, was wir ihm wirklich nicht rausgenommen haben, ist Artalari, ne? Aber was für ein krasser, was für eine krasse Schlacht, ey. Dass wir am Ende noch ein Abrams verlieren, war jetzt nicht unbedingt der Plan, aber was soll's. Da ist noch ein 7,62 MG. Kriegen wir das noch raus? Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Eine Sekunde, zwei Sekunden. Sehr gut. Damit haben wir hier, ich glaube, ihm ordentlich Schaden zugefügt. Und haben die erste, die erste, den ersten Teil der Kampagne direkt mal eine Stunde gespielt. Ähm, 36 Verluste. Als ich das erste Mal gespielt habe, waren es 25. Ähm, zweieinhalbtausend Eroberungspunkte, 324 Abschüsse. Ich weiß gar nicht, wie viele Abschüsse ich beim ersten Mal gemacht habe. Ähm, der Aufklärer hier hat richtig gut gearbeitet. Das war insgesamt sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass es, ähm, dass es direkt weitergeht in den nächsten Kampf. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier speichern kann. Ich kann jetzt hier speichern. Denn ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr das Ganze selbst spielen wollt, schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung, rechts oben in die Infokarte oder ins erste angepinnte Kommentar. Warno bis nächste Woche für 27,99. Mittlerweile ist das Spiel wirklich sehr weit fortgeschritten. Und, ähm, ich denke mal, dass wir dieses Jahr auch das Ende des Early Access erleben werden. Garantieren kann ich natürlich nicht. Aber endlich ist die Singleplayer-Kampagne da. und mal sehen, wie weit wir das hier treiben können. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namenlich genannt, G. Mornfinn, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdahl, Rico, Franz, Wolfgang, Roblitz, Jan VG und Beck und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.